Ja, für das Bestimmen daheim des Alkoholgehaltes, da kann man erst einmal anfangen mit einer gewissen Faustformel, so normal starke Biere, sag ich einmal, also was man so kennt, ein Pils, Weißbiere, Pale Ale, Stouts, da kann man immer die Faustformel hernehmen, die Prozentstammwürze minus zwei durch zwei ergibt den ungefähren Alkoholgehalt. Für Starkbiere trifft diese Formel nimmer zu, man hat die Option, den Alkoholgehalt dann nochmal richtig zu messen, da braucht man aber noch extra Equipment dazu, um sozusagen die verbleibende Konzentration der Stammwürze nach der Gärung zu messen und dann sozusagen durch die Differenz zur Stammwürze den Alkoholgehalt zu berechnen. Da braucht man aber noch ein bisschen extra Equipment zu. Das und viel mehr findest du auf siebenhauben.com